Herzlich willkommen zu einer weiteren Behandlung hier bei MEG Aesthetics. Heute zeigen wir Ihnen einmal die Nasenkorrektur ohne OP, drei Punkte. Das bedeutet, hier gleichen wir einmal den Hücker aus, den unsere Patientin optisch sehr stört. Und hier sehen wir auch einmal, dass die Nasenspitze angehoben wird. Diese Behandlung folgt in wenigen Minuten und man sieht direkt ein schönes Ergebnis und ist auch direkt gesellschaftsfähig. Und damit können wir uns dann auch zufrieden verabschieden.